Jey. Okay. Bin ich zu unfähig zu treffen? Offensichtlich. Äh. So, und jetzt du. Come on, stirb. Dreh ihn. Danke. Ich sehe schon hier meinen schönen Weg nach unten. Dreh. Wir schnappen uns die Motten einfach aus Prinzip. Oh wow. Zack. Aha, hier wäre auch nochmal so eine Pistole. So, jetzt haben wir verschiedene Wege, die wir uns aussuchen können. Gehen wir erstmal da lang. Bringt es uns hier zu sein? Ja, tatsächlich. Wir kriegen einfach nochmal Zigaretten. Und Relics Nikotinsucht ist, ist nochmal gestillt. Für 5 Minuten oder so. Das ist doch super. Okidoki. Ab nach oben. Zack. Ich nehme mal schweren. Ja, da kommen wir nicht. Entlang. Der hat auch keine Karte für mich. So. So, perfekt. Gucken wir mal oben kurz. Aha. Hm. Interessant. Jetzt will ich aber erstmal schauen, was unten ist. Ui, ui, ui. Luftschachtluke. Wo sind wir denn jetzt hier rausgekommen? Ach, das ist hier. Ah, lol. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wo kommen wir denn hier noch entlang? Yeah. Gib mir sie alle. Und Geld kriegen wir hier auch noch. Okay. Mhm. Aber da irgendwie nach rechts runterfallen geht auch nicht, oder? Ja. Doch. Aber, aber das Spiel hat nicht vor, mich dann hier noch irgendwie weitermachen zu lassen. Nice. Sie. Ich dachte, ich hätte nämlich da hinten auch irgendwas leuchten gesehen. Ja, da ist Geld. Okay, jetzt passen wir auf, dann. Aha. Machen wir das doch locker, easy. Ich habe keine Ahnung, ob man Geld überhaupt jetzt noch brauchen wird. Großartig. Aber. Es wird nicht Nein gesagt dazu. Sagen wir es mal so. Okay. Immer schön höher und höher und höher. Hier war doch noch ein, ja, ja. Man hört doch den Herzschlag. Hier war auf jeden Fall noch jemand. Das hier bringt uns nichts, aber da können wir lang. Hallo, Riddick. Du kletterst sehr gut auf diese Leiter, das machst du super. Schön ordentlich. Schritt für Schritt. Genau. Und so gefällt mir das. Ich sag dir, was passiert. Ich passiere. Oh, eine Sicherheitskarte. So, Medi-Station brauchen wir nicht. Nee, jetzt können wir damit, äh, hier überall. Okay, warte, aber dann will ich doch ein paar Sachen kurz testen. Erstmal. Erstmal mache ich das hier schnell weg. Ähm, hallo? Na also, Dankeschön. Und zwar, wenn wir hier ein bisschen backtracken, können wir doch bestimmt jetzt auch hier rein, oder? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ach du Scheiße. Wo bin ich denn jetzt gelandet? So, sehr schön. So, sehr schön. Gleis-Energie. Ah. Wow, okay. Äh, ups. Na gut. Der Backup-Generator ist dort hinten anscheinend. Aua. Der hat gut erwischt. Rech. Dürcher Kahn! So. Und bevor ich da hingehe. Erstmal gucken, was ist denn hier. Nichts. Sehr schön. Jetzt frage ich mich, ob die Türme, ähm, komplett deaktiviert sind. Also halt, zumindest so deaktiviert, dass sie mich nicht einfach so angreifen. Oh. Interessant. Oder halt mich nur angreifen, wenn ich in, sag ich mal, Sichtreichweite jemanden angreife. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aha, was haben wir denn hier Schönes? Interessant. Interessant. Zack. Nur gut. Okay, ja, die... Ah, lol. Jetzt sehe ich das hier. Aber was wäre denn noch... Ähm... Das sieht jetzt... Oder sah jetzt tatsächlich nach dem richtigen Weg aus. Und das wundert mich jetzt ein bisschen. Deshalb möchte ich nochmal hier hingehen. Weil da waren ja eigentlich auch Gegner. Und was hätte ich denn hier machen können? Wäre jetzt meine Frage. Also hier ist das Ding ja auf jeden Fall deaktiviert. Also hier dürften mich die Türme ja wirklich nicht... Ja. Und praktischerweise haben wir hier auch so eine Medi-Station. Was ist denn hier? Aha. Da. Ja, gut. Okay, dann wäre das sowieso das Ende gewesen. Ja, blöd, ey. Wäre ich noch ein bisschen weitergegangen. Und hätte nicht direkt ans Backtracking gedacht. Ist auch frech, ey. Wer kann denn ahnen, dass der richtige Weg der Weg zurück ist? Ich nicht. Naja. So schlimm ist auch nicht. Ist jetzt nicht so, als wären die Bereiche so ultra riesig, dass man jetzt, äh, da, was weiß ich, eine halbe Stunde an Progress verliert oder sowas. Nee, nee. Den kleinen, den kleinen Umweg kann man sich doch eigentlich auch locker gönnen. Ich glaube nicht, dass wir die Fässer kaputt kriegen. Was wir aber kriegen, ist ein Zigarettenpäckchen. Ja. Gönnung. Äh. Ach, come on. Die sind glücklicherweise auch so, dass sie mich sehr schnell wieder vergessen. Viel angenehmer. Hier ist sonst nichts weiter. Perfekt. Dann zack. Oje. Okay. Sehr schön. Einmal. Und. Zweimal. Hier ist nix. Oje. Hier müssen wir wahrscheinlich ein bisschen vorsichtig sein. Nicht, dass uns so ein Ding noch zerquetscht. Aber ich glaube, so schnell wird das nicht passieren. Dann. Hui. Ab zum Backup Generator. Ich denke mal, hier wird sonst nichts weiter sein. Also. Zack. Wir begeben uns wieder hier hoch. Und jetzt aktivieren wir das Ganze mal. Ich bin offensichtlich nicht so gut darin, darüber zu springen. Aber naja. So. Das sieht doch gut aus. Oh. Naja. Nicht weiter schlimm. Hier ist jetzt kein Turm mehr. Okay. Ich denke mal, hier müssen wir dann. Das weiß ich gar nicht. Kommen die von da? Ja. Müssen wir nur noch warten. Und we. Looks like trouble. Oh je, oh je. Okay. Allzu lange ging unsere Reise nicht. Aber passt. Glücklicherweise halten wir immer an praktischen Orten. So. Container Router war das. Und jetzt sind wir wieder beim Mining Core. Was praktisch ist. Bam. Autsch. Weil hier müssen wir hin. Okay. Oh. 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 Na gut. Wow, muss uns schön einfach. Wir rennen mal wieder zurück. Zu dem Ort, wo wir die Bombe platzieren müssen. Und zwar schön hier rinnen. Was ist hell, ohne ein kleines Feuer? Na dann. Jetzt weiß ich nicht, können wir die hier angucken, die Bombe? Wie sie explodiert? Oder sollen wir sowieso rausgehen? Hm. Na gut. Wester, hold it. That air is restricted. Oh, sorry. My mistake. Don't move, prisoner. It's not that easy. Name. Riddick, sit. I think you're going to need backup. This is 2-2-B. I need backup. And send down the home box for Riddick. ID number 5-4-2-1-1-3-5-2. We need him sedated. Do it. Now. Wow. Wow. We not need backup.